Ich habe keine besonderen Bedürfnisse. Ich habe einfach eine motorische Behinderung. Inklusion Leben Menschen mit Behinderungen müssen sich mit vielen Stereotypen herumschlagen. Entweder wir sind SuperheldInnen mit einzigartigen Fähigkeiten, die andere Menschen nicht haben, oder wir werden für hilflos und unglücklich gehalten. Ich kann nichts sehen, aber das macht mich nicht anders. Es ist egal, dass ich nicht so laufen kann wie die anderen oder langsamer lese als die anderen. Das alles ist doch egal. Bevor man sagt, Inklusion sei schwierig, muss man doch erst mal damit anfangen. Wenn wir Menschen mit Behinderungen einbeziehen wollen, müssen wir alle Aspekte von Inklusion berücksichtigen. Wir müssen sensibilisieren und alle Formen von Behinderungen akzeptieren. Wir müssen vermitteln, dass Unterschiede normal sind und in jeder Gemeinschaft existieren. Inklusion ist Vielfalt und Chance. Inklusion ist ein Menschenrecht. Inklusion Leben www.inklusion-leben.org Hashtag Inklusion Leben Eine Produktion der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH 2022 Bastante F-バイ erna Begehen Liebe Enusstatt Bescheid Dar Ah Ma 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 Miss